Hallo und nochmal schönen Nachmittagsgrüß in den Etta, liebe Zuschauer, 16.30, 13. Juli. Jetzt gehen wir hier heute nochmal zum dritten Mal on Air hier beim GFD Live Trading TV. Und nachdem wir DAX und Gold besprochen haben, möchten wir jetzt mal hier wieder in die USA blicken und uns den Nasdaq 100 näher betrachten. Gleich zur Action. Wir haben hier im Stundenschalter dabei, rufen wir direkt mal auf. Hier die letzte Einschätzung, dass dieser kurzfristige Abwärtstrend intakt bleibt und der Nasdaq hier in Richtung von 4.345 Punkten wieder weiter zurücksackt. Erfüllte sich nicht. Wir haben hier unlängst gesehen, zum Ende der letzten Woche, wie der Index hier zunächst in dieser vorbörslichen Indikation sich aus diesem Abwärtstrend herausarbeitete. Hier einen klassischen Pullback vollzog und das hier schon sehr, sehr mustergültig so eine Art 3-4-fach Boden ausbildete, von dem es letztlich dann hier sehr dynamisch nach oben ging. Den Nasdaq haben wir dann leider nicht weiter analysiert, aber mit diesem Doppelboden hier bzw. dann eben mit diesem Freitagsauftakt, der diesem Boden dann hier letztlich bestätigte, schießt der Index ja auch selbst bis zum heutigen Tage weiter empor. Die Bullen also hier definitiv weiter außer Rand und Band, ähnlich wie beim DAX heute. Die Frage ist eben nur, wie lange das jetzt weiter anhält. Grundsätzlich sind die technischen Signale besser geworden. In den USA waren sie ohnehin schon ein Stück weit positiver, als das hier im europäischen Raum der Fall war. Aber was wir jetzt hier eben ganz klar sehen, ist beim Nasdaq, dass wir uns hier einer entscheidenden Zone näher gewidmet haben bzw. diese sogar schon touchiert haben. 4.480 Punkte ist das Niveau, worum es sich dreht. Hier ist schön zu sehen in diesem Horizontal-Widerstandsbereich. Das ist der Bereich, wo der Index eben aktuell auch hingelaufen ist und wir schauen uns das jetzt mal auf Tagesbasis an. Dann haben wir hier diese obere Top-Bildung. Meine lieben Zuschauer, sehen Sie ja sehr schön, der Preis hat es nicht geschafft, nachteilig über 4.550 Punkte rauszuziehen. Das ist praktisch noch das Problem gewesen, hier bis zum Allzeithoch bei 4.816 aus dem Jahr 2000 vorzudringen. Großes Manko. Index hat es hier dreimal nicht geschafft. Im Gegenteil, es gab jetzt hier ein tieferes Verlaufstief, also ein neues Mehrwochentief wohlbemerkt und jetzt im Zuge der letzten Tage, Schrägstrich Freitag, hier insbesondere jetzt dann eben auch den heutigen Montag, wir nehmen ja die Tendenzpfeile raus. Wir hatten ja auch hier, den Blauen hätte ich vielleicht drin lassen sollen, die Tendenz im Chart, dass der Markt hier das Level von 4.480 Punkten durchaus ansteuert, aber dort eben abzuprallen droht. Und das ist die große Gretchenfrage. Schraubt sich der Index jetzt weiter hoch, ja oder nein? Wenn wir heute Daily Glow sehen, oberhalb von 4.470, kann man sogar schon sagen, 4.480 wäre sogar hier noch ein Stück weiter höher, 4.480 wäre sogar noch ein Stück weit bullischer, dann stellt sich aber die Frage, wie geht das weiter? Denn schauen Sie mal hierher, wir haben eine sehr, sehr langfristig ausgeprägte Divergenz und das hier seit Februar, seit dem Februar hoch, haben wir hier im RSI Oszillator Periodeneinstellung 14, ganz hier drinnen und wenden, wie man will, Linie anpassen oder nicht, oder hier zu den letzten Lows setzen. Wir haben hier eine ganz klare Divergenz. Das heißt, jedes Preis hoch, Kurs hoch wurde hier nicht vom Oszillator mitgetragen. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem in Trendmärkten, aber wir sehen hier beim Nasdaq 100, dass wir oben schon so ein Stück weit Top-Bildung haben und da geht dem Index so ein Stück weit die Kraft aus. Nichts anderes heißt das. Das muss jetzt nicht heißen, dass wir hier nach unten jetzt durch die Decke brechen und förmlich nach unten ausbrechen. Keine Frage, das muss nicht passieren, aber es deutet sich an, dass so ein bisschen das Momentum fehlt, so ein Stück weit die Kraft. Dennoch, wenn der Index hier oberhalb von 4.480 schließt, sind morgen gute Perspektiven, Schrägstrich übermorgen, bis 4.550 Punkte gegeben. Das wäre aber, wie gesagt, auch nur der Alternativplan, denn ob es hier nachhaltig nach oben rausgeht, das muss ich erstmal wirklich zeigen. Denn kommt es morgen wieder zu einer Ernüchterung und sollten wir gegebenenfalls heute im weiteren Abend im Verlauf wieder deutlicher unter 4.480 Punkte zurückfallen, dann kann der Index auch ganz schnell diese Tour hier eingehen und ist grundsätzlich jetzt immer noch nicht übergeordnet mega bärisch, aber Sie sehen, dass hier so ein Stück das Momentum rausgeht aus dem Markt nach wie vor. Es fehlt also hier definitiv an Kraft, den Markt hier weiter nach oben rauszuziehen. Das zeigt hier der ASI-Ostallat, das zeigen auch andere Trendindikatoren wie MACD, Histogramm und dergleichen durchaus. Faktisch wäre aber, wenn wir ein neues Verlaufshoch machen, ich möchte diese Alternativgegebenheit hier definitiv auch in den Chart holen, also wenn wir deutlich über 4.550, 4.560 rausziehen, dann hat der Index natürlich diese negative Top-Bildung hier nach oben aufgelöst, aber ich wage so ein Stück weit daran zu zweifeln, dass der Index das schafft nach aktueller Einschätzung. Also mal abwarten, was hier noch passiert. Rein saisonal schauen wir uns mal den E-Mini Future-Kontrakt auf dem Nasdaq 100 Index an, der hier so eine Art die Saisonalität darstellt. Und da sehen wir, dass wir hier, ja, entgegen anderer Indizes eigentlich bis in den September hinein, bis Ende August, Anfang September eigentlich eine Seitwärts-Aufwärts-Tendenz haben. Das heißt, das Spiel, was wir hier im Prinzip seit April, Mai sehen, kann sich durchaus auch noch ein Stück über die Sommermonate fortsetzen. Und wir bleiben hier grob in dieser Range 4.550 Punkte oben. Jetzt zoome ich noch mal ein Stück zurück. Und hier sogar 4.280 Punkten unten. Das ist hier diese große Range. Ja, hier Unterstützung etabliert. Hier ist ein kurzfristiger Unterstützungsbereich gewesen, der jetzt im Zuge der Schwäche der letzten Woche ein Stück weit aufgeweicht ist. Aber auch den können wir hier mal reinsetzen. Das wirkt eben alles sehr, sehr rangig hier aktuell. Okay, also Spin-Trader bzw. Trader, die hier stets den Markt an Umkehrpunkten versuchen zu covern, die sind hier recht glücklich, weil richtig trendig ist der Index hier definitiv seit dem Frühjahr nicht mehr. Ja, bestätigt sich eben auch hier durch diese Divergenz, die wir hier in dem RSI-Oscillator sehen. Also wir haben hier eine große Seitwärts-Range. Und das könnte sich durchaus auch fortsetzen, wenn wir uns eben hier diesen Saisonalitätsindikator anschauen, dass wir dann eben hier seitwärts oszillieren, um dann, und das ist bei saisonalen, allen Indizes so Ende August, Anfang September bis Ende Oktober hinein, eine sehr, sehr starke Korrekturwelle sehen. Ja, das darf man hier nicht im Ungefähr lassen. Diese Tendenzen sind da. Ja, wir sehen bei den US-Amerikanern ein Stück weit fehlendes Momentum, wenn es nach oben rausgehen soll. Und insofern Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist ja alles noch nicht das wilde, bullische Fest. Das haben wir wohl bemerkt schon seit vielen Monaten, Schrägstrich Jahren gesehen. Und unter Umständen ist es jetzt nach wie vor in der Zeit, dass die Indizes mal durchschnaufen. Gerade beim Nasdaq eben, deswegen habe ich den Fall hier auch blau gemacht, wäre hier eben die Situation die, wenn wir hier jetzt nicht die heutigen Hochs halten können und unter 4.480 schließen, dass es auch morgen wieder zur Schwäche neigen könnte, um dann hier im Bereich 4.350 nochmal hinzulaufen. Also so mega bullisch bin ich nicht, trotz der positiven Vorgaben, trotz des positiven Auftakts. Aber wir werden sehen, was die Charts uns noch zeigen, was der Markt noch macht. Rein technisch ist das mal die Einschätzung, die sich hier heute ableiten ließ. Wir müssen uns natürlich immer ein Stück weit anpassen an dem, was der Markt uns vorgibt. Aber hier ist klar ersichtlich, dass da so ein Stück weit die Puste fehlt. Schauen wir uns noch kurz den Stundenart-Chart an, dann sind wir durch. Hier haben wir jetzt so eine Art Shootingstar in der Kerzenformation, sprich gibt es kein neues Tageshoch. Bleibt die Kerze in dieser Art Erscheinung und wir bekommen jetzt hier möglicherweise sogar noch eine ähnlich lange schwarze, was ich jetzt nicht mir vorstellen kann, aber dann wäre hier im Bereich 4.480 definitiv ein Widerstand geboren, der dann eigentlich auch für weitere Verluste sprechen dürfte. Ergo hier ein Stück hin und her und dann wohl eher weiter runter. Okay, ein klarer Ausbruch über 4.480 würde Momentum geben, aber wir sind im Prinzip auch schon sehr, sehr range-technisch gelaufen und deswegen wahrscheinlich sehe ich hier begrenztes Potenzial. Doch mal abwarten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, liebe Zuschauer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend, wenn er denn dann als bald auftritt. Wenn Sie mögen, morgen hören wir uns wieder, beginnend mit dem JFT-Devisenradar und dann gibt es wieder Live-Trading-TV, so wie es jeden Tag der Fall ist. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch alles Gute, auch nach dem Feierabend und wenn Sie mögen, bis morgen, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Vielen Dank.